Hi Leute und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeiterfahrung. Wir wollen Tebas Training machen, dazu möchte ich Teba aber erstmal ein bisschen verbessern. Oh, warte. Und Teba. Hast du noch ein anderer? Nein. Okay, dann können wir ihn vielleicht noch ein bisschen leveln. Möchte ich ihn leveln? Hm, vielleicht ein bisschen. So. Oh, okay. Dann, go go. Wollen wir hoffen, dass er ein bisschen cooler ist. Aber ich glaube, auch der wird mir nicht gefallen. Ich meine, an sich mag ich Teba, aber irgendwie hat er sich bei mir nicht ins Gehirn reingebrannt. Während eines starken Angriffs wiederholt X, äh, was? Drücke während des starken Angriffs wiederholt X, um einen ganzen Fallhagel auszulösen. Halt ZR gedrückt, um deinen Angriff aufzuladen und lass los, um den Fall zu verschießen. Okay, ZR also, um aufgeladene Schüsse zu machen und die ganze Zeit X. Drücke während eines starken Angriffs wiederholt X. Okay. Das heißt, ein paar Möpsilern und dann X. Bam. Oh, das ist schon ein paar Möpsilern. Okay. Und das ist schon ein paar Möpsilern. Ich glaube, das ist schon ein paar Möpsilern. Okay. Und dann, um den Fall zu schaffen. Aber, um den Fall zu schaffen, ich habe einen Möpsilern. Das dauert aber ewig, bis ich das habe. So. Das ist schon gleich cooler. Okay. Cool. Ich finde gar kein Schaden davon. Was ist das denn Wohlstel? Musst du jetzt auch noch gesiegen hier? Ah, hier sind wir weg. Wir können es schaffen. Ich habe ganz gut aufgewachsen. So, jetzt kommen noch ein paar mehr. So. So. Der nimmt auf, ja? Der nimmt wirklich auf. Ich habe ganz gut aufgewachsen. Doch, der ist cool. Das sieht so merkwürdig aus, was das mit den Füßen macht. Kann ich mal in die richtige Richtung schießen? Toll. So. 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 Wenn man so einen starken Gegner fokussieren muss, dann weiß ich nicht. So. 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 on. So. Die Sterne. 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 Wir machen schon so viel, wir kriegen nicht einen Stern fertig. Das ist doch ... Schon ein bisschen doof. 56 %. Also 50 % haben wir hier schon. Ihr wollt mir sagen, dass das bis unter dem O keine 6% mehr sind? So, hier 45. Beides bei 45, okay. Ah, das ärgert mich, dass wir das nicht haben. Okay, dann haben wir doch schon alles fertig. Ich dachte, wir müssen noch irgendwo was fahren. Aber, ne, wir können direkt den ersten Angriff starten. So, den können wir nicht verbessern. Möchte ich noch jemanden verbessern? Die sind noch 57. Den wollte ich noch mal nachziehen. So, dann haben wir ein Herz mehr, schön. Kann ich vielleicht hier nochmal lieber verkaufen? Link. Oh, ne. Da kann noch Platz. Alles klar. So, dann starten wir doch mal direkt in die Saugmission. Ich will mal kurz das Video da links angucken. Okay, geht auf jeden Fall um die anderen beiden Titanen. Ne, aufbrechen. Nein! Nein! Was tue ich? Oh nein! Wieso habe ich ihn denn jetzt genommen? Ich wollte Linken nehmen. Oh, shit! Ich glaube, wir haben ein Problem. Scheiße! Ich will jetzt. Ich muss mich nicht mehr so weit wegschauen, wie sie das. Ich muss nicht mehr in den ersten Haken gesehen haben. Ich will, wie sie die Titanen gesehen haben. Ich will. Ich will das. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Monster auf die beiden Titanen zu. Um Mipha und Daruk zu retten, die furchtlos in ihren Titanen aushielten, begannen Link und die anderen, eine Schneise durch die feindlichen Reihen zu schlagen. Die große Verheerung. Die Wächter waren einst die Waffen, die das Königreich Hyrule beschützten. Doch die Verheerung Ganon hat die Kontrolle über sie gewonnen. Sie dienen ihr als Vorhut. Unzählige Wächter, besessen von Verheerung Ganon, sind aus den fünf antiken Säulen die Schloss Hyrule zum Geben scheinen ausgeschwärmt. Haben die überhaupt erklärt, warum die Jägerband jetzt wirklich an Garnons Auferstehung Teilhabe hatten? Nur dass sie bestraft werden würden, wenn sie es nicht machen. Soll dies das Ende sein? Ich verliere dich nicht noch einmal! Ich wusste als erstes. Cool. Gefällt mir. Und eine kleine Nervgranate. Er ist ein Nervgesicht. Unwichtig! Ich bin hier, um zu helfen! So! So! Ah, hier können wir hier ganz glücklich überweg fliegen. Wir können es schaffen! So! Ops! Jetzt habe ich auch schon ein A gedrückt. Schön! Woaah! Das ist nicht so, dass ich ihn habe. Oh, das war es. Was tut er da? Ich sehe nichts, aber passt schon. Wow. Uh, ja. Haha. Ich sehe nichts mehr. Bam, 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 bam. Uh, she's okay. Oh, shit. Ah, stirbt doch einfach. Ich sehe null. Dieser Charakter macht mich fertig. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann, äh, ja, schießen. Dann nichts genau daran, was dem ich wahnsinnig macht. Haha. So. Schön, Schlussflug. Sag ich mal. So, muss das jetzt ja auch immer? Nee, musst du mir verhelfen. Scheiß auf euch. Eigentlich hab ich ja keine Zeit für euch. Ich hab ja keine Zeit für euch. Ich hab ja keine Zeit für euch. Ich hab ja keine Zeit für euch. Weil ich eh hier durch kann. Haha. So. Oh. So langsam. So langsam. So. So langsam. So langsam. So langsam. So langsam. Alter, der wuzelt, aber warum hier nicht? Was ist denn mit ihm? Schön, das sah cool aus. Nicht schlecht, sag ich mal. Sag mal. Aha, ganz ähnlich. Zumindest ein Teil. Ein Gesümpfer des Zorns sind verschwunden. Ja. Geht wohl wohl nicht hin. Oh nein, das wird den falschen Weg genommen. Ich hätte da hinten runtergemusst, ne? Ja, dann lass mich durch. Oh nein. Das ist ärgerlich. So. Hier können wir hoch und runter. Gleichzeitig. Okay. Hier ist der Untergang. Hoch. Sollte doch eigentlich hier sein. Hier? So, das ist der Weg hier, ne? Aha. Okay. Gehen wir aus dem Weg. Dann viel zu wenig Zeit für sowas. Jetzt mit euch noch abzuplangen. Ach, hier auch. So, danke. Okay. Bittiger. I love to ask. I don't care. Okay. So. So, getroffen. Jetzt bin ich in Ruhe. Auuuutsch, das ist okay. Ah, mit links weg schon weiter. Ah, toll. Weißt du was? Hier, meine. Gut, jetzt müsste ich meine haben. Nicht schlecht, sag ich mal. Das ist nach. Aha. Noch mehr? Oh mein Gott, nein. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Ich hab einfach den falschen Charakter. Ah, springen. Was verlassen? So, keine Zeit. Muss mich verrennen. Na, das war halt. Ist okay. Ist okay. Oh mein Gott. Der? Okay. Das werde ich jetzt gar nicht los probieren, oder? Das schafft ja wenig. Auuuutsch. Toll. Ja, okay. Wir sterben. Ich möchte es noch nicht versuchen. Ich glaube, dass wir das ohne Link schaffen, oder? Ich glaube, dass wir das ohne Link schaffen, oder? Ich kann mich heilen, ja, und alles mögliche. Aber dann wird mir was für dieser Boss gehen. Nein. Nein. Nee. Ich hatte definitiv die falschen. Ähm. Schlachtabbrechen. Ich will mit Link hier rein. Irgendwie... Ich bin mit ihm einfach nicht geübt. Und sein Angriff ist jetzt auch irgendwie nicht so das Wahre. Es war schön, dass er ein paar gute Angriffe hat. Ja, aber... Naja. Äh. Außer man muss Link nicht verrennen, ja. Das steht ja wohl fest. So. Dann. Jetzt sind wir erstmal wieder zurück. Wir werden nur noch hier den Part beenden. Beim nächsten Mal dann, dass wir hoffentlich richtig starten. Den hier so. Mit einem vernünftigen Charakter. Da, 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 da. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ja, da kannst du auch mitkommen. Ist okay. Ähm. Gut. Dann werden wir erstmal hier beenden und beim nächsten Mal dann die Mission vernünftig starten. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.